Jo, servus und willkommen hier in meiner kleinen Glambersteinecke. Wir machen weiter mit Lubans Mini-Handcraft-Serie und zwar mit dem zweiten Set der Reihe M38B0757B, wobei eben es B für das zweite Set der Reihe steht. Hierbei handelt es sich um ein Wohnzimmer. Das erste Set war ja die Küche. Dieses Mal bauen wir das Wohnzimmer. Wir haben 116 Steine und das Set kostet in etwa, nein, nicht in etwa, sondern es kostet genau 8,99 Euro und zwar unter www.klemmbaustein-kastens.de, dem Online-Shop von unserem Sascha. Ja, machen wir nicht lang rum. Wir haben das letzte Mal schon über die Mini-Handcraft-Serie gelabert. Hätte ich gesagt, gehen wir runter auf mein kleines Klemmbaustein-Tischchen, backen den Karton aus, der genauso aufgebaut ist wie der Karton zuvor. Also man muss sie hier nur abziehen. Ganz witzig gemacht die Teile. Schauen hier rein, begutachten die Teile, begutachten die Bauanleitung, gucken uns die Mini-Figuren an. Wir schauen einfach, was Luban uns hier eingepackt hat. Ich bin gespannt. Das Wohnzimmer aus der Mini-Handcraft-Serie von Luban. 116 Teile, Set Nr. M38 B0757B von 6 bis 12 Jahren. Das kann man sich glaube ich auch schenken. So, hier an der Seite ist typische Blabla. Hier hinten Serviervorschlag, um wie man die Zimmer präsentieren kann. Von oben, von der anderen Seite und von unten ist da sowieso nichts drin. So, wir öffnen diesen hervorragenden Karton, legen den Oberkarton auf die Seite. Und öffnen hier das Schächtelchen. Ohne was zu beschädigen. Funktioniert sehr schön. So, holen wir mal das Zeug hier raus. So, Schachtel leer. Kommt auf die Seite. Natürlich muss hier auch der Pömpelmeister anwesend sein. Und hier im allerschönsten Bom-Bom-Look zwei Teile-Tüten. Eine kleine Plate. Die Bauanleitung. Die gucken wir uns noch schnell an. Die Bauanleitung ist mal wieder ein Faltblatt. Und wir haben hier sechs Bauschritte. Seht ihr das hier? Und auf der Rückseite insgesamt haben wir 17 Bauschritte. Und dann wird das Ding jetzt hier auch schon fertiggestellt. Ja, die Sets sind jetzt sonderlich groß. Und 110, 112 Teile lassen sich auch ziemlich fix zusammenbauen. So. Das haben wir hier so noch dabei. Hier dieses, dieser typische Sluban-Werbeflyer. Brauchen wir nicht. Und ein Aufkleberbogen. Diesmal ein anderer. Und hier steht jetzt dabei für Set Nummer B. Also der ist anscheinend hier nur für dieses eine Set. Während der Aufkleberbogen im Set Nummer A für mindestens drei Sets war. Na gut. So. Gucken wir uns jetzt an. Gibt es hier was Auffallendes? Ja, wir hätten hier ein Formteil. Sehe ich hier schon ein lila Radio oder sowas? Oder ist das eine Eieruhr? Eine elektrische? Werden wir sehen. Werden wir sehen, was ist das hier? Eine Katze? Okay, der Kopf einer Katze. Die Katze ist anscheinend auch zusammenbaubar und ist kein einziges Teil. Wie bei anderen Herstellern. Ist ja interessant. Im Übrigen steht das Radio hier oben. Es ist ja auch das Wohnzimmer und in die Küche kann es ja keine Eieruhr sein. Dorschen, du Depp. Na gut. Was sind denn das hier für Teile? Das da da? Das ist auch neu. Das ist auch ein interessantes Formteil. Wenn ich mir das Cover anschaue, steht das Ding hier im Eck. Das schaut schon gut aus. Aber was ist es genau? Weiß einer von euch, was das hier sein soll? Keine Ahnung. Ein Hocker? Na für ein Hocker schaut es ein bisschen komisch aus. Na gut. Werden wir vielleicht rausfinden, was lustig ist. Hier auf dem Cover ist nur eins zu sehen. Es sind aber zwei dabei. Vielleicht kommt das zweite noch irgendwo hin und wir kommen mit des Rätsels Lösung noch auf die Spur. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall kriege ich hier optisch Diabetes schon wieder bei dieser Farbgestaltung. Na gut. Verteile ich hier die Tüten wie immer in meine Eimerchen, baue die Minifiguren auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin gespannt. Der fröhlich dreinblickende Wohnzimmerbewohner hier mit Weste und Krawatte. Ja, ganz lustige Slow-Bahn-Figur. Warum hinten die Weste eigentlich ein Mantel ist, aber von vorne nicht, weiß auch der Geier. Vielleicht ist das in Astian ja so Mode. Ich habe keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall hochinteressant und witzig aus. Die Drucke sind vollkommen okay. Ansonsten hier eine standardmäßige Slow-Bahn-Figur. Wobei die hier jetzt von den Gliedern und so weiter ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlich fest ist, ohne von selbst zusammenzuklappen oder in sich selbst zusammenzuklappen. Die Figur gefällt mir. Die Haare sind im Übrigen aus einem gummiähnlichen Material und nicht aus Hartplastik wie bei Lego-Figuren. Ganz interessant. Und auch so finde ich ihn farblich ja ziemlich gut zum Set passend. So, schauen wir uns das Set an. Das Set hier. Wir sind bei Bauschritt 4 und haben hier hinten, ich vermute jetzt mal, das hier wird ein Kamin. Gehe ich jetzt mal davon aus, weil sonst wüsste ich nicht, was es sein soll. Es wurde hier alles in Ultra-Pink und Rosa gefließt. Also das hier ist mal ein Hardcore-Wohnzimmer. Aber das da hinten wird wahrscheinlich eine Flamme sein. Hat Schlupan keine Flammen im Sortiment? Oder warum haben sie hier so einen Roundbrick genommen in Gelb? Keine Ahnung. So von den Seiten noch unspektakulär, von hinten genauso unspektakulär. So viel sieht man noch nicht. Hätte ich gesagt, bauen wir weiter und ja, und dann melde ich mich wieder bei Bauschritt 10 oder so. Ich bin gespannt. Bauschritt 10. So wie es aussieht, ist es da hinten wirklich ein Kamin. Wir haben jetzt hier noch einen Tisch angebracht mit karierter Tischdecke oder sowas. Der erste Aufkleber in diesem Set. Hier oben ein Radio angebracht, hochinteressante Farbe. Eine Mischung aus Lila und Braun oder sowas. Hier Blumen, auch das Grün hier hochinteressant. Derartiges Blumengrün in dieser Farbe habe ich noch nicht gesehen. Das ist mir noch nicht untergekommen. Ein Becher oder ein Pokal oder sowas hier oben am Kamin sind es links und rechts Wandlampen und diese Teile hier. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ist das eine zierte um den Kamin rum? Es hat überhaupt keinen Sinn irgendwie. Ich weiß es nicht. Irgendwas wird schon sein. Was mir jetzt aufgefallen ist, es kommen ja noch Sessel und Stühle und so Geschichten. Hier sind gar keine Noppen mehr. Hier kommen ja diese Säulen hin, um den nächsten Stock aufnoppen zu können. Aber hier ist nichts mehr. Keine Jumper Blades, keine gar nichts. Das heißt, alles was jetzt hier noch reinkommt, das steht da lose rum. Wenn man es nicht anhebt, fällt das alles raus. Sowas finde ich halt immer semi geil gelöst. Warum sie das nicht mit Jumper Blades haben lösen können, ich weiß es nicht. Oder meinetwegen eine 2x2 Plate hier, um irgendwas festzunoppen. Das ist immer semi geil. So schaut es im Übrigen von hinten aus. Es knallbunt und erinnert ein bisschen an ein Friends Set oder an die Barbie Lizenz von Megablocks. Okay. Bauen wir das Ding fertig. Ich bin gespannt. Und da ist es fertig, das Wohnzimmer aus der Mini-Handcraft-Serie von Sloopan. Ja, jetzt kam hier der Sessel noch dazu und zeige es euch mal hier. Wenn es scharf wird, der nächste Aufkleber. Ich schätze mal ein Buch. Vielleicht hat er es sogar falsch rum in der Hand. Auf einer 1x2 Fliese und des Dingens hier. Ich habe ebenfalls keine Ahnung, was es sein soll. Ich dachte am Anfang eine Fernbedienung, aber nein. Ich habe keine Ahnung, was das hier darstellen soll. Kleine Zeitung oder so? Ich weiß es nicht. Und hier das lustige Kätzchen, das im Übrigen ohne Kopf geliefert wird. Das muss man zusammenstecken. Ist auch ganz interessant. Sonst kenne ich derartige kleine Tierchen immer nur im Ganzen. Ist mir neu. Dann haben wir hier die Säulen noch angebracht, wie sie halt auch schon in der Küche vorhanden waren. So, die Küche habe ich im Übrigen mal hier. Und die Madame ist hier gleich in Ohnmacht gefallen. So würde es nebeneinander wirken. Und gucken wir mal, was passiert, wenn man es aufeinander noppt. Funktioniert es überhaupt? So wie ich das denke. So wie ich das möchte. Ja, es geht. Es geht und hält ganz gut. Gut. So, doch, das kommt noch nicht mal schlecht. Das kommt noch nicht mal schlecht. Auch das wird, wenn es fertig ist, wieder so einen Puppenhaus-Charakter bekommen. Da oben ist natürlich hoppala, alles runtergefallen. Ja, weil das Zeug nicht festgenobbt ist. Das ist ein Riesenkritikpunkt in meinen Augen, dass hier die Sachen nicht festgenobbt werden. Das ist ein bisschen schade. Ich habe es halt gern, wenn es fest ist. Dann fällt nichts um. Aber naja. So, unten Wohnzimmer, oben Küche. Ja, jetzt fehlen da noch ein paar Zimmerchen und dann gibt es da noch zwei Serien von und dann wird die, wie soll ich sagen, das Gebilde schon immer größer. Übrig geblieben, ach ja, bevor ich es vergesse, hier übrig geblieben ist im Übrigen das hier. Ein paar Blümchen, Hände und ein paar Einmaleinsachen. Mehr nicht. Aber immerhin die Größe werde ich nicht mehr ermitteln müssen, oder? Haben wir doch das letzte Mal schon ausgemessen. Ich glaube schon, aber ich mag es noch mal kurz, um es mir ins Gedächtnis zu rufen. Circa 8,5. Hoppala. Auf 8,5 schätze ich jetzt mal. Ja, und Höhe auch. Nein, Höhe 7 oder 6,5. 6,5. In etwa. Es ist auf jeden Fall 10 Noppen breit und 10 Noppen tief. Und wie viele Bricks hoch? Sieht man das hier irgendwo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bricks, würde ich sagen. Und oben ja, noch die Fliesen, also 6,1 Drittel hoch oder so. Wie dem auch sei. Das war die Geschichte mit dem Wohnzimmer. Ich finde es ja rein optisch finde ich es ja ganz spaßig. Wenn ich nur wüsste, was das da hinten ist, ich weiß es nicht. Vielleicht auch irgendwas Spezielles, Asiatisches. Vielleicht haben die da so Ballons am Kamin stehen oder so. Oder es ist so eine Art Sitzkissen. Ich weiß es nicht. Wer es weiß, darf es mir gern in die Kommentare posten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Und ich sage Servus bis zum nächsten Mal. Eierdorschen und baut was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020